Musik Musik Nein Nein, 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 nein This just didn't happen, dude Kommen schon Tomate, my lap Der Fall spricht über dem Gebiet ab, auf den Himmel! Ich hab jetzt einen Airstrike. Der Feist hat es da gerade gekracht. Junge, 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 gar nichts drauf. Getting us a loadout, boys. Und der UAV. Boah, ich hab hier noch gegaut. Ich benutze immer eine UAV. Oh, fuck. Warum sollte man einfach so Wecklifte rauspushen? Hier unten einer. Wolle! Nein! Hier. Digga. Termin Schlussverkauf bei ihm. Wieso, der Cluster tötet ihn? Oh, nee, das ist doch schlecht. Krass, er hättet wieder alles. Ah, okay, danke. Eigene Aufklärung ist unterwegs. Alter, hat es da fast gekracht. Oh, wir gesniped. Wie hab ich das überlebt? Kannst du am Loader die Lamp landen? Kannst du hier bei mir landen, ja. Wir sind zwar welche, aber ich konnte am Loader auf jeden Fall landen. Oh, ich hab hier noch gesheed cracked. Gerät, ich kann sich direkt raisen einfach. Ist auch keine Plates, oder? Ich kann sogar kaufen, die kosten 200. Nein, die kosten 300. Ich kauf, ich glaub, ich kauf. Ich kauf zweimal, ich kauf zweimal. Nice, danke. Bei den Zelten waren auf jeden Fall noch welche. Und ich glaub über uns auch. Ja, ja, über uns. Die haben gesnaped. Der kommt auf den Zelten hier in Richtung. Okay, da. Oh, fuck. Bin ja auch nicht allein gestellt. Oh, ich wurde von hinten gestillt vom Dach. Und das sind noch zwei unten bei den Zelten, passt auf. Nice. Ich muss hier noch bei mir. Warte mal. Das ist ein neues Team. Ja, das ist ein neues Dreierteam da unten drin. Er restet den grad. Oh mein Gott. Ich glaub der ist gerade gelandet. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen Trost. Dann ist doch schon weiter gelaufen. Beim Quad oder so. Das hier unten beim Quad. 2. 2. 2 Stück. Warnbar. Alles. Der ist hier bei mir rein. Der oben im Fenster. Ja, warte. Da. Da oben sind noch welche. Ja, da müssen wir natürlich jetzt auf den Lauf. Klassiker. Hier ist Muni Box. Hier ist einer drin. In diesem Untergrund gedöhnt. Hier zwei Leute. Nein, einer steht weg. Hier ist nur einer. Einer steht weg. 1. 1. Ja, das ist geil, seit dem Filmen ist richtig viel gemacht. Da ist er doch. Da ist er! Jungs, ich gehe jetzt mal eine Runde Iron Fight spielen, alright? Es war ein Spaß, doch. Ja, vielen Dank, mach's gut, bleibt gesund. Ihr auch, Jungs. Bis dann, tschau tschau. Hm, ich habe jetzt erst mal einen Power und er fuckt sogar mich noch ab, Junge, Junge, Junge. Ich weiß, der Krieg macht irgendwie Spaß, muss ich sagen. Die ist halt echt eigentlich zu schwach, aber da sie so gar kein Hilfe hat, das macht die ein bisschen geil. Hey, verdammt noch mal auf, wo du es kippt? Ich guck, die Bär nicht da rausstrecken. Ladung platziert. Du hast dich jetzt reingekommen. Weine Waffe, der Leiter. Du erliffst eine Ausrüstungslieferung. Feindliche Drohung. Die haben ja unten lauter gekauft, eigentlich. Oh, wer ist er denn? Oh, wer ist er beschossen? Eine Zeit zu verlieren. Zurück an die Arbeit. Ah! 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 Ich werde den Sack zumachen hier in der Lobby. Irgendwie drei Leute noch am Leben. Ja, wer ist er denn schon wieder? Er ist es halt. Nukes im Klantext. Schwierig. Ja, hier. Was? So, er hat mir irgendwie einen Headshot oder so gedrückt. Ich habe auf einmal ein ganzes Leben verloren. Safe, Flinch, Headshots. Ja, was? Einer weniger. Einer weniger. Einer weniger. Bist du mit dem Gefeat? Auf, den Himmel ab. Drogen ausgespeit. Und noch einer. Gar nichts. Du hast es geschafft und den Sieg geholt. Es war jetzt mega spannend. Nehmen wir mit den Sieg. All you ever wanted. Let's fucking go. Bis zum nächsten Mal.